In diesem Beispiel will der Sender dem Empfänger ein Datenpaket in der Größe von 8192 Byte schicken. Dazu sendet er zunächst ein SYN-Segment, um die Verbindung aufzubauen. Er gibt dabei im TCP-Header seine Fenstergröße, also die Größe seines Empfangspuffers, an. In diesem Fall sind das 4096 Byte. Zusätzlich gibt er seine maximale Segmentgröße, die MSS im TCP-Header, an. In diesem Beispiel 1460 Byte. Der Empfänger bestätigt das SYN mit einem Ack, sendet seinerseits ein SYN und gibt seine Fenstergröße, das heißt die Größe des Empfangspuffers mit 4096 Byte und die maximale Segmentgröße mit 1024 Byte an. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Sender immer Segmente mit 1024 Byte sendet. Er wird dann also 8 Segmente senden. Er bestätigt das SYN-Segment des Empfängers mit einem Ack. Die Verbindung ist aufgebaut. Durch die Angabe des Fensters von 4096 Byte und der maximalen Segmentgröße von 1024 Byte ergibt sich, dass der Sender vier Segmente in der Größe von 1024 Byte senden darf, bevor er auf eine Bestätigung vom Empfänger warten muss. Der Empfangspuffer ist nun vollständig gefüllt, das heißt das Fenster ist geschlossen. Die Daten sind noch nicht aus dem Empfangspuffer ausgelesen. Deshalb wird die Fenstergröße auf 0 gesetzt, also Win ist gleich 0. Der Sender darf jetzt keine Segmente mehr senden. Der Empfänger bestätigt die eingegangenen Segmente, indem er einen Ack sendet mit einer Sequence Number, welche um 4097 Byte erhöht ist. Damit gibt der Empfänger an, dass er die 4096 Byte erhalten hat und als nächstes Byte 4097 erwartet. Hat der Empfänger die erhaltenen Segmente abgearbeitet, öffnet er sein Fenster wieder und schiebt es weiter. In diesem Fall hat er bereits drei Segmente abgearbeitet und schickt dem Sender ein Ack, indem er noch einmal die eingegangenen Segmente bestätigt und angibt, dass sein Fenster jetzt wieder 3072 Byte aufnehmen kann, also Win gleich 3072. Der Sender schickt die nächsten drei Segmente ab. Die Daten sind noch nicht aus dem Empfangspuffer ausgelesen, deshalb beträgt die Fenstergröße 0. Der Empfänger bestätigt dieses mit einem Ack. Nachdem der Empfänger zwei Segmente abgearbeitet hat, öffnet er wieder sein Fenster, schickt dem Sender erneut ein Ack und gibt seine Fenstergröße mit 2048 Byte an. Der Sender verschickt das letzte Segment. Im TCP-Header ist das Fin-Fleck gesetzt, womit der Sender angibt, dass er die Verbindung beenden möchte, sobald der Empfänger das letzte Segment erhalten und bestätigt hat. Der Empfänger bestätigt das letzte Segment mit einem Ack. Danach sendet auch er ein Fin-Segment. Die Fenstergröße wird entsprechend gesetzt. Das letzte Fin-Segment wird mit einem Ack bestätigt. Die TCP-Verbindung ist damit wieder abgebaut. Die spreading werden mit einem Ack. Die Hongkamp-Weil checket das letzte Segment. Die Vielen Dank.